Ah, hier auch. Okay, ich muss mich hier durchwurschteln. Ja, könnte potenziell gruselig sein. Jetzt, jetzt kommt zum ersten Mal. Das ist so dumm, ey. Jetzt kommt zum ersten Mal. Zum ersten Mal seit keine Ahnung wie viele Stunden. Quick-Time-Event. Hi, hier ist Max und willkommen zurück zu Sherlock Holmes' The Awakened. Ähm, okay, wir brauchen noch eine Weile, aber erst mal muss ich mir wieder bescheuert anziehen. Der alberne... Ich will den albernen Holmes. Und, nein, nein, ich bin immer noch der alberne Watson. Gut, wir gehen zu Barnes & Noble. Ähm, bin ich verrückt? Oh, so langsam sind die auch. Die gruseligen Dinge. Ja, aber ich gehe nicht schlafen. Ich gehe direkt zu meinem Lieblingsbuchhändler. Oh, ist Nationalfeiertag oder irgendwas? Commonwealth of Nations. Oh, was haben wir denn hier? Doom-Laden ist offen. Äh, ja, okay, gut. War wohl nix. New books in the store. Hey, Barnes, ich brauche deine Hilfe. Ähm... Wo war der denn den Riesenhund her? Oder ist das ihr Hund? Oh, das ist ein bisschen. Ja, ich bin schon. Pfff. Dr. Watson. Ja, es hat es. Und gut zu sehen, wie immer. Wie kann ich mir helfen? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Nope. Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up and coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Lampes we lit, Guiding Light, ne, warum nicht? Und Robert Louis Stevenson hier, der in einem gewissen Sinne auch der Grandfather of Steampunk ist, ist natürlich auch eine interessante Sache. Warum nicht? Auch wenn es nur so ein One-Off-Gag war. Hey, dieses in Menschenhaut gebundene Buch, willst du das mir mal kurz übersetzen? Alter, wie schnell liest du das Zeug denn? Okay, toll, ziehen den Abgrund. Toll, den haben wir jetzt komplett ruiniert. Das ist eine Scheißidee gewesen, Watson. Kannst du nicht einfach einen Unikurs belegen und sagen, naja gut, passt doch. Ähm, Storm of the Century. Fortnite übrigens, falls ihr es nicht wisst, ist ein Zeitraum von zwei Wochen. Was ich auch nur weiß, weil ich wissen wollte, was das Spiel Fortnite eigentlich bedeutet. Ich weiß nicht, warum es Fortnite heißt. Ist auch, glaube ich, scheißegal. In other news, a French thief with the initials AL is toying with Scotland Yard. Äh, was ist das? Arsene Lupin. Ich glaube, das sind jetzt einfach tausend Millionen Anspielungen auf anderes Zeug. Ist das wirklich nötig? Ich glaube, ich habe hier noch gar nicht genug. Nope, die kriege ich jetzt noch mehr Infos. Okay, ah, warte mal hier. Kryptik message to Ashmet. The message transcribed by Davy is addressed to Ashmet. It reads, when the storm starts, where the ships fall, at Stevenson's guiding light, the last embrace of all the chosen. Stevenson reminds me of the, I don't know, up and coming Scottish author. Okay, location, Scotland, period, aktuell, title, achievement. Und das heißt, wenn seine Familie dazugehört, the labors of my sires, wir haben flat the sea, towers we founded, and the lamps we lit. Das ist dann Politik. Nein. Exploration. Nope. Good flat the sea is natürlich maritime, aber the towers we found, the lamps we lit. Ist, ja, okay, gut. I don't know, worauf sich das dann jetzt bezieht. The book, Greatest British Families, briefly mentions the Stevensons, famed for the lighthouses, ah, the tower, okay, I get it. Sorry. Across all of Scotland. Funnily enough, the first Stevenson in the lineage shares the same given name as the latest, is the author Robert Louis Stevenson. Ever since the Bell Rock Lighthouses' erection in 1810, the Stevensons have left their mark around Scotland via civil engineering feats in the maritime industry. Whether the lighthouses were built by Robert Stevenson or his sons, Alan, David, and Thomas, sailors roaming Scotland's coastline, have the dynasty to thank for guiding them to prosperity and safety. Okay. Also. Ashmed. Äh, wichtig ist, es geht um den aktuellen Sturm. Stevenson. Und das da. Weil es geht darum, dass wir diesen Leuchtturm finden müssen. Sorry. The message mentions a place where the cult plans to gather a lighthouse built by the Stevenson's west, by the Stevenson's west of Lockover Scotland. Who is the cult leader? Kann man das jetzt schon sagen? Kann man noch nicht sagen, oder? Ach so. Das reicht noch nicht, glaube ich. Das wäre absurd. Ja, okay. Aber. Wir haben jetzt was zu quatschen. Oh, okay. Also eines von diesen Dingern wird es sein. Es ist so asie. Ja, ich habe Viertelstunde gebraucht. Das ist der Grimm in Grimoire. Ich habe so viel gedacht. Long story short, es bezeichnet macabre Rituals, Death, Leviathans und die Apokalypse. Schau mal. Ich muss dich fragen, dass du das Buch mit mir so dass ich mehr lebe. Es ist kompellend. Sehr kompellend. Äh, ja, okay. Du hast eine große Hilfe, also, ja. Excellent. Ich kann es kaum hinlegen. Sehr gut. Ein faszinierendes Buch. Danke für die Möglichkeit, Doktor. Es war jetzt vielleicht ein Fehler, ihm das zu geben. Und er wird wahrscheinlich verrückt werden, aber, naja, gut. So ist das Leben. Sphinx. You must witness the ritual. Dann gibt doch das, das eine, was wir gesehen haben, das Ägyptische. Ähm, also, das Ardnamurtjan. Äh, so spricht man es nicht. Und dann zurück zu... Bitte lasst Mr. Holmes wissen, dass er immer die letzte Strand und bei keinem Kost. Ich hoffe, dass Mr. Barnes und Noble, ähm, stabil genug ist, um die Lektüre des Necronomicon, äh, zu überstehen. Wahrscheinlich hätte ich sie ihm nicht geben sollen. Ich bin über Sherlock. Er ist nicht gut. Du solltest wissen, dass er Episodes in der Vergangenheit 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 Ja, ja, habe ich schon gecheckt. Easy. Du solltest ihn erst unter deinem Kost, und jetzt hast du mich gefragt, um die Koste zu holen. Deine Emotionen verhindern deine Rationalität. Er braucht, um zu verabschieden, um zu etwas, weniger harmlos zu sein. Nö, jetzt nicht mehr. Irgendwann einmal. Der letzte Kost, den er so schrecklich verabschiedete, war Cordona. Er kam nach Hause und diese Zeit glaube ich, dass er nicht verabschiedet wird. Du bist nicht sein Vater, mein Grotter. Nicht mehr. Er ist ein gestorbener Mensch, ein brillanter Mensch. Ich weiß, dass du ihn interessierst. Ich wünschte, dass du ihn auch respektiert hast. Nein, interessiert mich nicht. Ja, komm. Willst du mich ablenken jetzt? One of our informants, Philip Hawke, has not been in contact for the last few days. Please check his status. He was working on an investigation close to his lodgings. Hawke is disabled and his home is next to one of your client's houses, Captain Stenberg. Er notiert. Unfinished note written by Hawke. 4.55 4.55 4.55 Es ist wieder spät. Und nicht nur spät. 5.45 Carriage with a huddled visitor arrived. Carriage left was in a stand side. Boxes with gold. Last box was moved. Arrival of the Ottoman ambassador and vice consul men have had a meeting on the second floor. There are maps of M. Meinst du etwa Moriard Waspstings? Okay, das ist seltsam. Funktional. Sein left arm war paralyzed in the war. Okay, aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. Dieses, diese Mini-Episode war nur dafür da, um Moriarty zumindest irgendwie so tendenziell noch ins Spiel zu bringen, oder? Also, nicht, nicht, weil es ist, weil der Anna dreht direkt schon durch. Und das konntest du nicht selbst überprüfen? Also, the goal is also das ist auf jeden Fall richtig. Lord H.P. Rochester. London Billionaire married an American woman. They had a son at Archibald who moved east to take charge of his father's interests. Jewel Mine, sorry, nochmal, wo haben wir nochmal diese Informationen her? Ich weiß es nicht mehr. Okay, aber das ist es dann. Sorry, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, es liegt vielleicht an dem ein Uso, aber wo zur Hölle haben wir die Infos über Archibald Rochester her? Äh, ich weiß es nicht. I know everything! Hey, Holmes, schmoll! I know everything! Holmes, Watson, did you hear me? Barnes gave us a preliminary translation of the book. I think we have a lead. Sherlock, what is it? Die Inszenierung ist so seltsam. Oh, der dreht auch durch. Alle drehen durch. Alle drehen durch. Eigentlich wäre es cleverer andersrum, oder? I fear that I am without a question what use is the answer. Andersrum ist es doch völlig sinnlos. Also, nicht sinnlos, aber andersrum ist es doch eine Plattitüde. Ja, komm, Watson. Thanks, I'm cute! Ardner Merck, Scotland. Ja. Du tschüssi! Kapitel 8 The Awakening Ardner Merck, Ardner Merck, und Point? Da unten war der Schatten von Cthulhu zu sehen, oder irgendwas. Ja, natürlich, seit dem Wetter rudern sie wieder rüber. Ich werde mit diesen verletzten Seelen einstehen. Au, der sieht richtig scheiße aus, ey. Diese Seas haben zu viele, John. Lass uns sie verhindern, mehr zu nehmen. Okay. Ich meine, eine Sache ist interessant. How to stop the ritual, das wissen wir noch gar nicht. The ritual is already underway. People are jumping from atop the Arnim Hurtjan lighthouse into the depths of this. Was ja tatsächlich schwierig ist. Schwierig ist, dass die Geschichten von H.P. Lovecraft ja eigentlich gar nicht gut ausgehen können. Also, ich kenne eigentlich keine Geschichte, die irgendwie mit einem positiven Blick in die Zukunft endet. Alles ist immer so, äh, okay. Es ist vielleicht noch nicht jetzt alles scheiße, aber es wird alles scheiße. Das muss ja eigentlich hier auch sein. Ich bin echt gespannt, ob sie es dann auch so durchziehen. Weil das ist ja manchmal ein bisschen das Blöde. Dass du das Gefühl hast, naja, gut. Egal, was ich mache, ich würde jetzt nicht zu viele von diesen Symbolen miteinander verpanschen, sonst wird es irgendwann auch ein bisschen beliebig. Klar, es kann so ein bisschen ausdrücken, ja, irgendwie sind alle Glaubensrichtungen, Religionen, Mythologien miteinander verwandt, aber... Ja... Ja... Das ist ja wirklich das. Das ist ja wirklich ein bisschen wie zäblich. Das hier ist so schwer, ich kann nicht even hören, meine Gedanken. Wo ist das weg? Oh, bitte, es gibt einen Körper hier. Nicht nur ein Körper, es ist Ashmat. wo ähm, nochmal, ich bin gespannt, wie sie den Showdown machen weil eigentlich müssten sie ja als Showdown so eine richtig ähm irgendwas krasses, ja was so alle die Mechaniken bisher kompletiert also nochmal so eine Crime-Scene-Investigation-Sache mit einer mit einem Dialog, wo man irgendwas beweisen muss Hallo? Wo? Hier, hier Hier kann ich ja erstmal von Haus aus nichts machen Aber das kann ich auch noch nicht machen weil Das bringt nichts Irgendwo hier muss ja was rumliegen Im Zweifelsfall auf dem Boden Ein Raum davor Ah, hier ist noch ein anderer Raum Das hilft uns natürlich Großartig Was ist das moderne Bild, irgendwie? Warum? Aha Wie soll ich? Mann, wir hätten Barnes mitbringen sollen Ah, okay, es geht um Das ist eine Art der Waage Hier gibt es mehrere Plätze Hier muss was platziert werden Du, ich glaube, das ist das geringste Problem, das wir haben Mhm Tralalala Lalalalalalalala Lalala Und das rechte ist das letzte Sehr cool Okay, wir sind im letzten Kapitel Das müssen wir lösen A receptor Come on, right blood Ashmed's fresh blood is required Dann können wir wieder zurückgehen und uns einfach Ashmed's frisches Blut holen Wäre doch eine Option, oder? Ashmed Sorry, hast du Lust? Do you have anything to hold, Blood, Watson? Fine, take my mask Deine Pulle leer gemacht, oder was? Gut Okay, Watson hat seine Pulle leer gemacht, damit wir Ashmed's Blut irgendwie halt, keine Ahnung Wir konnten es uns besorgen Mhm Okay Dann das jetzt irgendwie Nein Können wir das nehmen? Nein Watson, hold the lever for me, I must investigate Okay, es ist so eine Du-Dort-ich-hier-Geschichte Watson, bleib mal so, bitte Hold the doors, ja, genau Indy, dein Hut Ja, ja Hier, wie wär's damit? Was soll denn das rumgewechselt jetzt die ganze Zeit? Arm-Size Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what Können wir irgendwas drücken? Okay, wir stecken jetzt hier Knochen rein Weil Okay Der Arm-Knochen steckt am Brustknochen Brustknochen hängt am Armknochen Okay, also hier mussten echte Leute sich quasi positionieren Ich frage aber mal blöd Wenn das auch so geht Kann man das nicht alles einfacher haben? Okay, was kommt hier? Aha Oh Hier ist die Klinge Hm Aztekengold Ja, erzähl mir doch keinen Scheiß, ey Ich weiß nicht, warum ich das hier mache Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich die letzten drei Minuten gemacht habe Ich habe halt Sachen gemacht, die gingen Aber warum sie gingen und warum ich sie gemacht habe Keine Ahnung Ja, ich bin so Ich bin so Ich kann das nicht mehr Hohmes, sag etwas In der Abysse Wider mein ist ganz nett aber es man kann es ja quasi eigentlich nicht verkacken und ein trick ist ja bisher auch nicht dabei ja ist ja okay aber ich drücke eine taste und schau mir das bild an und das ist es dann oder was holmes come on wake up thank heavens what were you doing what happened oh gott holmes the sun inverts the earth it becomes transparent sherlock snap out of it nothing is everything we are so small inconsequential a shadow in the dark i think we best go back you are not well ja genau lass uns zurückgehen we are so close we cannot you asked that i intervene if i saw you cracking this is me intervening every passing minute another life is extinguished we must stop rochester we must end this und plötzlich sind wir oben es ist alles einfach zu schnell ich möchte diesen hut ey und es gibt neue kleidungsstücke unstable sherlock genial nein ich will das okay ähm passt aber wir sind jetzt hier hochgekommen und jetzt geht's ab holmes sir are you all right no response oh yes let's cuss may 3rd 1882 the builders from tobar muer we had some teufels john muer know nothing that they ought to i had to teach them how to change oil i said nothing at first and some sort of lord arrived collector of antiquities okay good schlüssel mitnehmen bitte ja 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 Dann drehst du doch. Ist doch egal, ich dreh einfach. Okay, hier stehen Informationen. Okay, das ist der Obsidian, ne? So, und dann haben wir diesen Riesenhumpen hier. Is it a color out of space? Okay. Nein. Äh. Ja, ja, ja. I get it. Vertagen. Äh. How to interrupt the hypnosis from the lens. Obsidian dagger. Devices with beams. Entranced people. Und. Das hier. BAM. Yes. Can only be destroyed with obsidian. The dagger from the cave should suit perfectly. By charging them. Okay. Dann geht's wohl doch noch mehr weiter. Ähm. Dann. Charge it. Mit dem hier. Und mit dem hier. Und jetzt. Kaboom. Das ist es. Du hast es geschafft. Das Lens ist verbrochen. John. Die Worshippers. Wir müssen sich sicher. Natürlich. Ich will sehen, ob sie gut sind. Ja, genau. Untersuch alle. Scheiß drauf. Seid ihr privat versichert? Alles hier markiert mit Scheißdreck. Alles hier markiert mit Scheißdreck. Alles hier markiert mit Scheißdreck. Check her Pulse, can you Watson? As expected, the pulse is elevated, but within normal limits. Hmm, hmm. Easy. Stop there, shipmates. A storm awakens and we've battened down the ashes. Dirty summers, I presume. Nice to put a filthy sweat... Das, jetzt kommt er, nach 10 Stunden Dirty Summers. Das ist kein Weg, um zu einem Kapitän zu sprechen. Sherlock, komm her! Nein, wir erschießen den nicht, oder? Lampe aus. Mach die Lampe aus. Mach die Lampe aus. Ich möchte ihn nicht erschießen. Vor allem nicht in den Kopf. Muss das dringend sein? Können wir nicht einfach seine Hand schießen? War das falsch? As expected, the pulse is elevated, but within normal limits. Okay, ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur, ähm... Hier, seine Hand. Hier. Bam! Ich muss ihn in den Kopf... Ich hab ihn in den Arm geschossen mit dem... Also gut, ihr wollt es so... Bam! Dann erschießen wir ihn halt einfach. Scheiß doch drauf. Richtig, ich hab es anders probiert. Vielleicht geht's auch anders. Ja, super. Ähm... Ich wollte es anders machen. Das Spiel hat mich nicht gelassen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber ich wollte jetzt nicht 5000 Mal noch irgendwelche anderen Sachen ausprobieren. Nein, warte. Hier war ich schon. Ähm... We need a plan. Gut, dann müssen wir jetzt... Das hier machen. How to stop the ritual. Also. Wir brauchen den Dagger. Ich glaub, das ist soweit klar. Denn da oben stehen ja diese komischen, ähm... Lampen. Mit diesen komischen Linsen. Und Obsidian macht die kaputt. Dann... brauchen wir die Weakness der Lenses. Und... Das hier. Bam! Hahaha! Es ist so gut. Okay. Okay. The last chapter may begin. Now. Huh? Ich hoffe, es gibt jetzt nicht diese schreckliche Action Sequenz. wie ich sie mir irgendwie gerade vorstelle. Ja, komm. Komm, Holmes. Schmoll. Das wird absolut nervig. Ich weiß es jetzt. Ich weiß immer noch nicht, wo Rochester herkommt. Warum? Ich weiß ihn doch runter. Kick ihn einfach runter. Ist das ein Verweis auf das Original-Spiel? Bin mir echt nicht sicher. Wäre eigentlich fast witzig. Ähm... Da komme ich nicht hin. Okay. Okay. Äh... Moment! Und... das ist lord rochester schmoll jetzt reiß dich zusammen nö eigentlich nicht ich weiß was sie machen wollen dieses hin und her dieses diese parallel montage zwischen schmoll und watson es zieht nicht so richtig es fehlt der aufbau hier hinten ja gut tschüss oh hätte ich was anderes machen sollen ja hier auch okay ich muss mich hier durchwurschteln ja könnte könnte potenziell gruselig sein jetzt jetzt kommt zum ersten mal es ist so dumm jetzt kommt zum ersten mal zum ersten mal seit keine ahnung wie viele stunden quick time event ja oh ist das kacke es ist es ist wie gesagt ich weiß was sie tun wollten und ich bewundere das trotz allem weil mir das spiel wirklich sehr gut gefällt gefallen hat bisher aber um himmels willen was zur hölle macht ihr denn da gerade das ist es es hat es hat prinzipiell diesen gewissen touch des showdowns aber es funktioniert nicht weil es kein time limit gibt es ist ein bisschen zu beliebig also wie es hat es hat zu es 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 Kruelte! Ich habe einen Mann zu essen, um zu hören, um zu hören, die Gehirn zu hören. Ich habe eine Mutter zu beheben, dass sie in eine andere Welt beheben kann. Galaxien sich die ganze Welt entdecken. Licht auf sich selbst, bis nichts bleibt. Du nicht kruelte, Herr Holmes. Kruelte ist für solche Wissen, dass es außerhalb von so vielen Menschen ist. Das ist für dich, Bristillusion. Du bist Icarus, der zu nah am Sonn fliegt. Nein! Nein! Du verinterpretest die Legend-Holmes. Icarus flieh! Er hat die Höhe, die kein Mensch hat ever erreicht. Man muss sich erinnern, dass Icarus glücklich ist. Er verbringte. Rochester hat seine Geschichte verbringte. Ich habe vor einer Stunde nicht mal gewusst, wer Rochester überhaupt ist. Das hätte man ein bisschen besser vorbereiten müssen. Es ist immer noch okay hier. Aber... Es ist vor allem bestätig. Es ist sicher, dass du verstehst. Es ist für die Wahrheit! Es ist für die Wahrheit! Es ist für die Dinge, die ich lebende. Warum muss du so bliehen? Es ist ehrlich, was du Angst hast? Ich bin ehrlich, was du Angst hast? Ja, es hättest du alles vorher machen müssen. Die Idee ist nett, aber es so funktioniert es nicht. Ist das vielleicht sogar Sinn, dass ich gar nicht wusste, vorher wer Rochester ist, dass das plötzlich auftauchte? Ist das vielleicht der Gag, dass ich nicht wusste, woher es kam? Dass ich als Sherlock Holmes vorher schon wusste, wer er ist, weil ich schon vorher lebte. Aber auch das ist viel zu spät vorbereitet, wenn sie das machen. Ja, Gott. Ich weiß es nicht. Habe ich es verkackt? Ich bin völlig verwirrt. So, Holmes stirbt da unten jetzt. Okay, komm. Okay, okay. Hier lang? Natürlich. Natürlich. Oh, ich bin voll Idiot. Ich bin so ein Vollidiot. 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 Und wir haben die Vollidiot-Totel. Ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Baby, dein Gott ist unversammelbar, aber du bist nur ein Mann. Und ich weiß, wie dich zu stoppen. Was heißt das? Was hast du getan? Ich habe einen Freund. Jaaaah! was war jetzt das? Das ist doch What the shit I thought this time would be different But the gods laugh at man's arrogance Sherlock, come back down The wave You Turn yourself in, save yourself The abyss calls for me, Mr. Holmes As it does for you The final problem, ja toll Schluss jetzt Sherlock, please Rochester, don't Such heights we reach No, God Sherlock, we must get inside I have to see it, John I have to know Ich hoffe, ihr habt euch sehr gut festgehalten Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study But I want it to be at hand Should you need me No, no The sound of your keys It is my Tether back to the waking world I find writing of our adventure Helps me too Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory There are moments in our journey that only you were privy to Your encounter with Gygax, your visions with light of the abyss Your confrontation with Rochester No Pardon me? Do not publish it It would be a professional suicide Ah You would be a laughing stock, a fabulous Concocting penny dreadfuls for the unwashed masses And I Well, I would no longer attract a distinguished clientele Ja, ja, gut So is that I could connect them to their deceased relatives Or help them capture a fairy Ah It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling Falling into a black abyss Ballert der jetzt black edelweiß rein, oder was? I would give for a dreamless night It's going to be all right, Sherlock What is that? It will help you rest No, 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 not that, no No I say, Watson Would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic A man with softening of the brain An idiot whose mind has lost its grip? Not in the least Was ist das für ein zynisches Ende, ey? Okay Ähm Ich fand's sehr cool Aber so das letzte Fünftel Nein, eigentlich das letzte Kapitel Das war ein bisschen Ich weiß, sie müssen irgendwie hin Irgendwohin müssen sie mit ihrem Showdown Aber irgendwie hat's nicht geklappt Es tut mir leid Das Kapitel zurück in London Fand ich okay, dann den Barnes & Noble wieder zurückzuholen Und zu sagen, okay, kannst du uns helfen? Aber plötzlich kam dieser Rochester rein Und das war ja auch Ich weiß nicht, wo der herkam Ich weiß es wirklich nicht Vielleicht habe ich es übersprungen aus Versehen Oder das war der Gag Dass er plötzlich drin war Weil er im Prinzip implantiert wurde In Sherlock Holmes Gedächtnis Oder was auch immer Aber das hätte man viel früher Einführen müssen dann Sonst funktioniert's nicht Ich kann das nicht einfach Hier in der letzten Dreiviertelstunde Mal reinknallen Oder in der letzten Stunde Das geht nicht Und gerade der Showdown am Schluss Sie haben's versucht Aber auch das Es kam nicht so richtig an Es hatte nicht so richtig viel Gewicht Weil du hast Bisher in dem Spiel Halt diese typischen Passagen gehabt Du hast die Gespräche gehabt Du hast diese Rekonstruktionen gehabt Das hätte der Showdown sein müssen Müssen Anstatt dieses alberne Kaschballtheater mit den Äh Mit den Quicktime Events Die wie gesagt Zuvor im Spiel Noch niemals Benutzt wurden Also zumindest nicht diese Und diesem Gespräch Na Nee Nein Nee irgendwie War es nicht da Das war nicht Das war nicht das Das war nicht das Was ich jetzt aber gern wüsste Gibt es Alternative Endsequenzen Und das werde ich rausfinden Also es scheint so Als gäbe es tatsächlich Keine Ähm Anderen Endsequenzen Als die Die wir gesehen haben Beziehungsweise Es wird die Als Endsequenz Gehandelt Bei der wir sagen Nö Ich bin überhaupt nicht verrückt Und der Typ stürzt sich ins Meer Und dann wird das Spiel Neu gestartet Aber das ist keine Endsequenz Denn eine Endsequenz Hätte Den Abspann Danach Wenn ich einfach Da neu reingeladen werde Ist es keine Reguläre Endsequenz Okay also Verrückte Sache Also mir einzugestehen Als Sherlock Holmes Dass ich Unrecht hatte Dass Ähm So Dass ich Dass ich verrückt bin Ist im Prinzip Das reguläre Ende Und das am Schluss Es wirkte für mich so Als hätte Watson hier Black Edelweiss Irgendwie benutzt Ähm Was ja auch schon Vorher genutzt worden war Um diese verrückten Leute Irgendwie ein bisschen zu bändigen Ist Äh Ziemlich Zynisch Und Äh Deprimierend Passt aber natürlich Zu so einer Story Äh Fazit Fazit Ich fand es sehr cool Es hat sicherlich Einige Sachen Die man besser machen könnte Ähm Ein paar dieser Dieser Kombinationsrätsel Waren Nicht ganz so klar Fand ich Man fand schwer rein Und das Ende War super schnell Also ich hätte lieber In der Mitte Irgendwo ein Kapitel Rausgenommen Und dafür am Ende Das noch ein bisschen Besser gemacht Rochester Wo kam der jetzt her Und Warum war das Jetzt das Ende Warum gab es Keinen richtig Geilen Showdown Ich erinnere an Monkey Island 2 Wo man mit dem Bisherigen Vorwissen Eine neue Wudupuppe machen musste Aber Als Transferaufgabe Sozusagen Und hier Was war Nix Quicktime Events Ein paar komische Dialogoptionen Schade Ein bisschen schade Aber ich glaube Das Ende In so einem Spiel Ist immer schwer Zu machen Mir hat es richtig Bock gemacht Und ich habe es Schon daran gemerkt Dass ich Es innerhalb von Drei Tagen Ich glaube ich jetzt Durchgespielt habe Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich über einen Daumen nach oben Einen netten Kommentar Freuen So Ich Wollte es jetzt auch Zu Ende spielen Deswegen Äh Sherlock Schmoll Succumbed To Chaos And Insanity And I Succumbed To a delicious Uzo Ich hoffe wir sehen uns In einem anderen Let's Play wieder Wenn es euch gefallen hat Ihr wisst wie es läuft Und Bye bye